Moin Leute, hier aus Ostenfeld. Wir sind hier auf einer schönen Baustelle. Ich möchte euch hier begrüßen bei diesem schönen, herrlichen Wetter. Leichte Brise, 23 Grad, wir fühlen uns wohl. Ich freue mich, schön, dass ihr dabei seid. Und wir sollen hier zwischen 1600 und 1800 Quadratmeter Rollrasen legen, was zu zweit auch eigentlich nicht schaffbar ist. Deswegen sind wir hier acht Leute heute und die sind ja auch schon allemand fleißig in Gang. Und jetzt einfach auf die Maulwurstsperre wird jetzt Rollrasen verlegt. Ja, wir können ja sonst einmal rumgehen, damit ihr einmal die komplette Fläche seht, die wir auslegen sollen. Und ja, komm mal mit. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir gucken mal rum. Ihr könnt ja sehen, hier überall wird so ein bisschen was verlegt. Wir haben jetzt schon mal überall ein bisschen Maulwurstsperre ausgelegt, um, damit wir schon mal wissen, wie was kommt, dass alles vorbereitet ist, dass wir mit einem Zug eine Rollrasen durchlegen können. Wir kriegen auch gerade Rollrasen schon geliefert. Aber ganz zu schaffen ist es heute nicht. Also wir sind morgen und ich denke mal übermorgen auch noch im Gang und das wird schon schön. Also wenn der Rollrasen liegt, das ist schon ein schöner Abschluss. Wenn alles grün ist, wirkt das Haus, das Grundstück, das wirkt auch gleich ganz anders. Und denkt dran, Leute, macht keinen Quatsch.